Der Bahnhof Die Bahnhofstraße Die Bahnhofstraße Die Bahnhofstraße Das Finanzamt Der Markt Und links dann Die Kirche Wille Hadi Die Bahnhofstraße 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 Die Kreisverwaltung Die Sankt-Marienkirche Die Kreisverwaltung Die Kreisverwaltung Die Kreisverwaltung Die Kreisverwaltung Die Kreisverwaltung Das ist der Park in der Lindenstraße. Das Krankenhaus Die Kreisverwaltung Mit dem Wasserturm Die Poststraße Die Hundestraße Die Kreisverwaltung Die Kreisverwaltung Alles noch einmal Die Kreisverwaltung 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 Vielen Dank.